Herzlich willkommen zu einer folge auf der Karte Pris und Marsch. Wir ernten aktuell Feld 15 Soja. Wir verladen noch mal ganz kurz den Raps. Dann werden wir dann gleich die Lage fahren zum BGH, dass wir so viel Geld bekommen. Hat sich im Grunde ein bisschen gelohnt. Flügelmeister ist nicht ganz fertig sehe ich gerade, aber das macht nix. Das kriegen wir auch hin. Ah ja, wir haben die Ernte. Also bis nachflügen, das können wir auch zur Not. Wenn das hießen da ist, wenn wir mit der Ernte beginnen oder Aussaat, Runde im Frühling, nach dem Winter, den ersten Tag, die ersten Tage in der Jahreszeit, ich werde wahrscheinlich 66 machen, 6 Tage als Jahr, 6 Tage Frühling, also in jedem Tage und 6 Tage Sommer, 6 Tage Herbst, 6 Tage Winter, im Winter. Im Winter werden wir wahrscheinlich viel Holz machen und müssen was verkaufen. Wenn der Schnee nicht so hoch ist, müssen wir auch Schnee räumen. Also Unentscheinigkeiten. Hier werden wir noch ein bisschen mit der Straße arbeiten. Das ist ein bisschen das korrigieren. Wie man sieht, Raps geht vorwärts. Aber wir werden gleich hinfahren und entsprechend entgegennehmen. LKW ist nicht so teuer. Anführungszeichen, was teuer ist, ne? Hatte alle verarbeitete Stroms auch da, ne? Streuheizung an der Luft. Gut, dann werden wir ganz kurz den LKW. Ja, den fahr mal weg. Ja, nehmt er nicht. Schade. Ja, war Versuch wert. Den können wir jetzt zurückgeben. Äh, wir werden da einkaufen. Zwei Achse haben wir gehabt. So, schon ein bisschen, ne? Jo, 190.000 mehr. Und den machen wir auch so, wie wir haben wollen, ne? Fällen fahr mal lila und holland blau. Passt. Dann kaufen wir uns gleich einen größeren Hänger. Gibt da so schöne Hängers hier. Hängerchen, das Original. Original, was wir nicht haben. Éh, ich hätte 70.000. Ja, ha, ha, ha. Oh, tres, tres, tres. hauptfarbe, das soll ja passen ne, wiedererkennungswert zeich mal so normal ist die farbe nicht so, aber das machen wir was seltenes so, dann kann man den zurück geben, garage, das nicht, brauchen wir noch so Kalk wäre eben voll da haben wir ne Fräse nachher aber dann können wir die in die Sonnage nehmen erstmal na, das ist doch wach ne nicht kleckern, klotzen als die Riese so, geht gleich zum Feld und wenn die Wiese noch richtig reif wird, dann machen wir nochmal die Lageballen können wir auch machen, 100.000 und notfalls können wir noch einen zweiten anhängen werden wir auch brauchen, später wenn wir die größere Felder haben ja, da fängt es hat halt mehr drin ne und das die Probleme mal schnell den den Case wo normalerweise nicht weil die arbeiten ja im Verband und dadurch ich muss das eigentlich funktionieren vom Platz sieht auch gut aus ich wünsche allen einen schönen Sonntag oder 1,2,3,4,5 nee, Samstag zweite Folge Samstag hab mir so gedacht wochen ein bisschen mehr Zeit vielleicht schaffte eine oder andere mal zwei Folgen gucken ja, da macht er schon Kratzer an Lack das glaube ich aber gar nicht ach, nee diese Angestellten aber auch nicht kein Respekt vom Eigentum wir müssen ja noch ein Schneidwerk kaufen und ich werde öfter mal Sonnenblumen machen das ist mal schön jetzt fährt er rechts ran das ist ganz praktisch und zurecht zeigt Anführungszeichen äh weil der andere gleich hinterher kommt da muss ich genau aufpassen genau da ist er schon aber mit zwei werden wir immer ernten das geht schneller das müssen wir auch sonst äh kommen wir nicht hinterher das ist dann der Herbst da und dann ist alles futsch wenn die nicht ausmache dann ist gleich voll dann ist zurück gut jetzt schon mal schauen überlegen 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 gebiss für sonnenblumen sonnenblumen aber ein problem ich habe nichts zusammen klappen bekreffen sonnenblumen nicht haben wir nicht wieso nicht nein wir können hier wir haben hier cappello cappello 12m das sind zu wenig cappello 12m sonnenblumen da ist das problem die kannst du nicht zusammenschlappen auf Feld 1 ist das komplizierter weil wir einen Ladewagen haben Ladewagen haben wir hier nicht bei oder kann ja auch sonnenblumen das wäre ja auch zu schön um wahr zu sein klar das kann auch keine Sonnenblumen wäre ja auch nicht logisch der könnte noch sein ja auch nicht aber hier auch 13m 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 das ist die übliche maße überlegen Ladewagen haben wir dort auch bestimmt diverses diverses da haben wir nichts wir haben ein Gerät von 12m wo wir entsprechend Ladewagen keine maße keine maße holen wir holen aber das ding hier ropa war für krone glas glas eine glas 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 elme Neutral haben wir fast gar nicht in Neuronland, das sind die Neutralen. Haben wir eine andere Farbe genommen? Nein. Neh mal Rot. Kostet ja nicht die Welt, ne? Ja. Jetzt haben die beiden sich lieb. Das haben wir mit dem Getrödelt mit Einkauf und nun haben die gleich entsprechend... Das ist doch gar nicht. Insofern er da jetzt zurück... Vielleicht mal mit... Waren wir schon im Gedanken zu weit? Und ich hab die Zeit vergessen, ne? Ja. Jetzt haben wir mal eine Folge, die wir länger wählen könnten. Ja. Gute Frage jetzt. Mal ganz kurz gucken. Rechts. Rechts vom Pfandstrich. Da müssen wir dann kurz schauen, wie der andere fährt. Wir brauchen gar nicht, wir müssen nur hier reinsteigen. Rechts heißt hier fahren. Tja. Jetzt 24 ist gut. Das ist gut. Es geht schon. Ich hab nicht hin. Na, was hat er jetzt vor? Ich ahne, Schlimmes, wo will er hin? Ach, ja, alles klar. Mein Fehler, äh, entlassen und aktuellen Wegpunkte, das ist ja entscheidend. Der andere wird genau das gleiche machen wollen. Ja, menschliche Fehler ist meistens die ehre Variante, ne? Die erste Variante, ne? Ich will gerade kurz strecken. Kalken wollen wir noch. Das wollen, müssen, müssen. Auf jeden Fall müssen wir das tun. Ob das wir jetzt tun oder nächste Woche, ist das egal. Mal rein gefahren. So. Mal schauen, wie er jetzt fährt. Beide mal einstellen. Wo ist normalerweise... Ja, vielleicht wieder so merkwürdig mit 24. Kumpel sind sehr, sehr merkwürdig. Mal rein. Mal rein. Mal rein. Mal rein. Mal rein. Mal rein. Aber irgendwieércitoal... Mal rein. Mal rein. Mal rein. Mal rein. Mal rein. Mal hier zu hoch. Ist mir zu hoch. Hier ist der gleiche Problem, aktuell nächstes Beliefer. Mal gucken, das ist die Richtung. Und ist links, ist richtig. Gehen wir nach dem nächsten. Da werden wir ganz kurz den löschen. Rechts. Der Kurs ist nicht der richtige. Also ganz verstehe ich es nicht, ich muss normalerweise rechts fahren vom Strich, da ist ja die andere Richtung. So. Wenn wir ganz kurz überwachen. Ob einer Anfangszeit ganz gut hinkriegt, ist nicht garantiert, dass es auch klappt. Gut, ciao. 48.25. Da hätten wir jetzt eigentlich die Zeit zum Kalken. Ja. Machen wir so. Einsteigen. So. Inneren Sicht. Ja. Schauen wir mal die Kühe an. Die Mu. Unsere Milchwirtschaft hier. Aktuell 52 Kühe. Geht es hier auch lang. Jups. Ja. Das hat zu tun. Schwer. Lohnzahlung. Lohnzahlen wollen. Warum wollen die alle Geld haben? Dann haben wir Schlucker. Ja. Und dann haben wir auch die Feld 13 und dann wird schön kalt. Und dann können wir zum nächsten Aufnahmezession beginnen wir mit der Aussaat. Gerste, Raps, Weizen, Hafer, das wird alles anfangs machbar sein. So, angekommen. Ja, da drin ist nix. Ist so schwer. Da müssen wir halt... Mal überrechnen, wir haben eine andere Arbeitsweiche. Hier kommt 30 Meter. 30, 130. Wann macht er nur umso wenig? Hm. Guck dir beim Mob nicht klar. So, echt 30 Meter. Und 18. Dann müssen wir ganz kurz gucken in den Shop. Wer nicht ganz sicher. 12 Meter. 14. 14. 20 Meter, oder? 20. Dann tritt das zu. Hier müssen wir zwei machen, oder? Die Ecken so schön. Der Deich ist da, ne? Wir werden mal ganz, ganz, ganz blöd hoffen, dass das Kaltteuer ausreichend ist. So, hier sollte auch wieder entleert werden. Und wer geht denn da rüber? Das passt. So. So, beide lernen uns die Folge auch so zu Ende, ne? Ich denke mal, grob geschätzt. Aber der kippelt genauso. Das muss ja einen anderen Grund haben. Aber die Farbe gefällt mir so schön. Schönes Blau. Also verkleidet mir so. Leib stehen und sau. Es stuer. Der da ne Frau? gucken wir ihn nach rennen mit 90 über die hacke wir sollen nur ernten das ist auch noch wichtig da muss man gucken wie weit hat glaubt vortritt dass die status der lang am glück gleich nach auf 1 ist nur unkraut wie ist der unkraut da machen wir flebe reifen drauf kommt da unkraut hin da war ja nicht eingeplant ach da ist der kaltsteuer der grüße im zweiten habe da muss er noch ein bisschen dortieren das ist der kaltsteuer der grüße der grüße der grüße gleich gegen den wechsel machen aber ausmachen und schon so helfen abwerfen nun gleich und koppel kämpfen eigentlich vorwärts schon gemacht hätten da ist zum glück voll da werden wir bald den großen holen bei den vielen pferlern die wir haben ist es ganz sinnvoll wenn wir den großen haben so so und koppel ist da so so erster Weg kommt so 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 machen wir gleich die erste Ecke selber weil der liebt die Ecke er bleibt mal hängen er will jetzt auch hängen bleiben kann ich gleich sagen dann muss ich weiter ausholen so 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 liebe Freunde das war's für heute gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen hoffen wir noch sehen wir uns morgen wieder zur Sonntagsfolge dann seid mal schüß und in der Winter tschau tschau tschaui